Sie hören, Alle außer mir, von Francesca Melandri, aus dem Italienischen von Esther Hansen, gelesen von Gabriele Blum, ein Hörbuch des Argon-Verlags. The circumstance of superior beauty is thought-worthy attention in the propagation of our horses, dogs and other domestic animals. Why not in that of man? Thomas Jefferson 2012 Heute ist Attilio Propheti gestorben, und sein Horoskop lautet, ein schöner und erfreulicher Tag erwartet sie. Stimmt, Papa. Was gibt es Besseres, als im eigenen Bett das Leben auszuhauchen, nachdem man den Wettkampf gewonnen hat? Zahlreiche Chancen bieten sich ihnen, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Auch das stimmt. Viele Menschen sind hier, die dich verabschieden wollen. Nehmen Sie eine Einladung für den Abend an. Es könnte eine interessante Begegnung werden. Nein, das glaube ich wiederum nicht. Du hast selbst nicht an ein Wiedersehen danach geglaubt, mit wem auch immer. Ich weiß nur eins. Unter uns Lebende kannst du nicht zurückkehren. Wer stirbt, ist ein Flüchtling, ein Asylsuchender, der einen Ablehnungsbescheid bekommen hat für den Rest der Ewigkeit. Du wirst dein Zuhause nicht wiedersehen. Auch du bist nun raus. 2010 Über dem höchsten der heiligen Hügel Roms, dem Esquilin, liegt der Duft von Kebab, Kimchi und Masala Dosa. Die Häuser hier haben hohe Decken, doch nicht immer einen Fahrstuhl. Dieses zum Beispiel hat keinen. Eladia ist es gewohnt, die sechs Stockwerke zu Fuß hinaufzusteigen. Die erzwungene Bewegung ist ihr eher eine Wohltat als eine Last. Heiter aber versetzt sie den Stufentritte, jeder Schritt ein Fluch. Eine dichte Curryduftwolke weht durch das Hoffenster ins Treppenhaus. Sie legt sich über die Stufen und erfasst Eladia mit voller Wucht, kann sie aber von ihrem Zorn nicht ablenken. Lässt sie nur leicht die Nase rümpfen. Der Atem des Meeres, dem Rom, trotz der eigentlich unmittelbaren Nähe, gerne den Rücken kehrt, überwindet am späten Nachmittag oft die Spekulationsobjekte der Peripherie, zieht über die Viertel des Zentrums am Fluss bis direkt in Elarias Fenster im obersten Stockwerk. In solchen Momenten weht eine Art Sehnsucht durch ihr kleines Apartment. Nach Weite, nach Horizont, nach Ozeanrouten. Solche Dinge halt. Viele Jahre lang wusste sie nicht, dass dies an dem Jod in der Meeresbrise lag. Einer Brise nur aus Ost, ja, mag sein, aber immerhin einer Meeresbrise. Doch oft genug gelingt es selbst dem Tyrrhenischen Meer nicht, die penetranten Gerüche aus den Esquilinküchen zu zerstreuen. Mehrere Male am Tag, zu jeder Uhrzeit, ziehen sie durch den bevölkerten Hof, der den gesamten Block aus mehr als einem Dutzend Wohnhäusern verbindet. Vor Jahren, als Ellaria einmal mit einem Darmvirus fiebernd im Bett lag, wurde ihr von jedem Essensgeruch schlecht. Um den Brechreiz zu lindern, musste sie die Fensterritzen mit Klebeband abdichten. Im Übrigen hat jeder seine eigene Sinnesverschmutzung. In San Lorenzo und Trastevere können Anwohner nachts nicht schlafen, wegen des Lärms aus den Pubs. Da hat sie es noch vergleichsweise gut. Sie wohnt lange genug hier, um zu wissen, dass sie sich vor den Dünsten nicht schützen kann. Sie kann lediglich jedem unangenehmen Geruch den Namen eines Parfums geben. Da, ein Hauch von Eau de Maghreb. Oh, riech mal eine kleine Wolke Obsession d'Inde. Ah, welch ein Bouquet. Gekochter Kohl und roher Knoblauch, das muss das seltene Korea-exträm sein. Nur das gedämpfte Licht der letzten August-Tage fällt ins Treppenhaus. Trotz wiederholter Aufforderung tauscht der Verwalter seit Wochen die Flurlampen nicht aus. Doch auch das Halbdunkel über den Stufen vermag Ellarias Zorn nicht zu mildern. Vor ein paar Stunden, als sie nach Einkäufen für das neue Schuljahr zu ihrem Parkplatz zurückkam, war ihr Auto abgeschleppt. Dabei hatte sie weder im Halteverbot noch auf einem Behindertenparkplatz oder in zweiter Reihe gestanden. Doch auf diesem Stück Uferstraße entlang des Tibers wird morgen der Autokorso von Oberst Muammar al-Gaddafi auf Staatsbesuch passieren. Und jedes Kind weiß, dass Diktatorenlimousinen nicht an den geparkten Wagen... Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.